Mann, ey, ich hasse Viewer Games so sehr. So, ist das ungewöhnlich mit dieser Riesencam, mit der Beleuchtung von überall. Ich gehe hier so ganz so auf den Rand, okay? Ich schaue nur so von der Seite rein. Oh, neues Viewer. Ne, das ist nicht mein Setup, Leute. Ich habe in meinem Leben noch nicht an so einem professionellen Setup gespielt. Ja, morgen kann ich es ein bisschen besser einstellen, okay? Wenn ich es morgen eingestellt habe, dann können wir auch Solo-Cue spielen und so. Aber jetzt heute wird wahrscheinlich schwierig. Was ist das für ein Setup? Ich bin in einem Studio von Instinct 3, bin ich gerade. Und einer von den Mitarbeitern bleibt extra bis mitten in die Nacht, weil ich darf natürlich alleine die Geschäftsräume nicht verwenden. Das heißt, der bleibt extra hier, um danach abzusperren. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden, das Game. Erstmal ein Zippe nehmen, ja. Erstmal ein Zippe. So, Leute, das ist sehr ungewohnt. Ich habe hier überall Keylights. Das heißt, ich glaube, man sieht gar nicht, wie krass meine Augenringe aktuell sind. Seht ihr meine Augenringe? Hier seht ihr nämlich meine Augenringe nicht. Ich habe nämlich Augenringe bis hier ganz nach unten. 720p gewollt. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier die Einstellungen sind, was hier möglich ist. Ich bin einfach nur froh, dass ich noch einen kleinen Platz für heute Abend gefunden habe, wo ich streamen kann, wo ich mit euch ein bisschen quatschen kann. Also den Tag Revue passieren lassen kann. War ein sehr, sehr spannender Tag heute. Warte, ich habe keinen Sitz. Er steh hätte ich die sogar killen können, ne? Wenn der Shaco nicht da gewesen ist, dann hätten wir die sogar gekriegt. Du siehst glücklich aus. Ja, ich kann auch wieder zocken gerade, weißt du? Zocken ist schon sehr nice, muss ich sagen. Zocken ist ein gutes Gefühl. So mitten in der Nacht, hey, mal ein Röntchen daddeln. Klar, dann ist es ungewohnt. Klar werde ich jetzt ein bisschen, vielleicht einen kleinen Griefer oder so raushauen. Aber wir machen jetzt ein paar Normal Games, dann unterhalten wir uns, ne? Schauen, dass wir vielleicht so zwei, drei Games spielen mit den Boys hier. Und dann morgen, morgen werde ich das Setup ein bisschen besser einstellen. Dann gucke ich, dass wir einen Sound haben und so. Dass, dass da keine Probleme gibt. Kennen wir so, ne? Das ist, ich bin richtig, ich bin richtig, äh, richtig hier positiv. Also dieses Setup ist einfach geil, ne? Das ist wirklich, das ist einfach geil. Ah, die haben beide Instinct geflasht. Okay, schon haben Smurf in die Boys, hä? Halt vielleicht minimal, okay. Kann ich den reingeben. Also wenn ihr irgendwas habt, irgendwas, was, 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 was verbesserbar ist, dann kann ich es mir für morgen angucken, Leute. Wir müssen halt, Bruder, jetzt irgendwie, wir können uns jetzt nicht einen Luchs hier gönnen, Leute. Okay, so, so nicht. Ich finde, das ist immer so crazy, ne? Ich spiele ja wirklich wie ein Bronzespieler gerade, ne? Es ist ja schon crazy, wie, wie ich struggle. Im Übrigen seht ihr ganz gut den Grund, warum ich Normal Games nicht mag. Äh, als Streamer. Weil praktisch du wirst Level 2 gängend von einem Shako, dann bist du, dann kommt der nochmal und die diven dich und Nami ist da und so. Das sind immer der Grund, dass du, also so, so Viewer Games machen immer sehr wenig Spaß, weil du bist ja wie so eine kleine Trophäe, die rumläuft und alle rennen dir hinterher und versuchen dich nur umzubringen. Wenn du die Camps spiegelst, schaust du in den Bildschirm rein. Leute, ich habe keine Ahnung von Camps. Ich habe bei mir zu Hause die günstigste Logitech-Camp, die es überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung von Kameras, wirklich nicht. Ich, 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 Camps spiegeln. Du, ich, das ist das komplette Mond. Ich habe hier ein duales PC-Setup. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich werde jetzt nicht anfangen, die Camps zu spiegeln. Alter, ich kann überhaupt nicht spielen. Ui, 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 ui. Äh, wo bist du gerade? Ich bin im Studio von Instinct 3, bin ich. Die haben ja kurzfristig, bei denen habe ich morgen auch ein Zuhause tatsächlich. Also es ist richtig, richtig cool. Ich darf von denen jetzt streamen. Zwei Tage aus. Zwei Tage lang. Keine Gegenleistung. Wir haben einfach, die, die haben den Platz. Wir haben einfach gesagt, ey, stream mal von hier. Du darfst von hier streamen. Also, much appreciated, ne? Grüße gehen raus. Ja, jetzt ohne Bomber-Komba ist, Kragas-Spielen ist, fühlt sich so anders an, wenn du nicht die richtige Musik hast, ne? Wie sollst du so Kragas spielen? Da war einmal wieder der Schack um die Ehe gekommen. Das war im Übrigen der, äh, der Animation-Cancel-Bug mit dem, äh, Vendal-Skin. Der geht nur mit dem Skin. Das war der Ult-Animation-Cancel mit dem W. Der ist sehr, 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 sehr broken, tatsächlich, der Animation-Cancel, weil du die ganze Animation von deinem Barrel, wo er es wirft, verstecken kannst in deiner W-Animation. Dasselbe kannst du mit der Q-Animation auch machen. Äh, deswegen ist dieser Skin tatsächlich ein Pay-to-Win-Skin, der dir einen riesen Vorteil gibt. Wenn wir das neue in den O-Team jetzt Now-Need-Orga heißen. Äh, ich weiß nicht, unser Name ist wahrscheinlich nicht der, der bestvermarktbare aktuell mit Now-Need-Orga. Ich weiß nicht, wie Sponsoren da dazu stehen. Warte mal, ihr seid eine Organisation, die keine Organisation heißt. Ich weiß nicht, ob die das so fühlen, das kann man nicht sagen. Okay, das Game sieht wie ein mittleres Disaster aus hier. Leiser ist kein Problem. Ja, leise, wenn es ist. Ich habe ja natürlich mein duales Spezysel ab, ne? Stelle ich euch gerne lauter. Aber jetzt soll es ein bisschen lauter sein. Ist besser jetzt? Ich habe euch mal kurz an meinem virtuellen Voice-Board, habe ich euch mal kurz die Lautstärke hochgestellt, ne? Das habe ich nämlich jetzt. Mein virtuelles Voice-Board. Wunder, modern. Ja, so ist das Ding, ne? Okay. Nice. Der Chaco hat bis jetzt noch nicht einen einzigen anderen Game gemacht, außer Mitte. Big Fun, Big Fun. Danach machen wir kein Viewer-Game mehr. Danach queue ich mit vier Viewern gegen Randoms. Wie ist die Luft im Vergleich zu mir? Oh, Berlin hat echt sehr schlechte Luftverhältnisse, Leute. Da ist schon nicht gut her. Flex-Cue, wir können doch eine Flex-Cue mit Viewern machen, ja? Wenn ihr Lust habt, klar. Können wir machen. Das ist also, ihr müsst... Also das ist halt immer das selbe... Das ist immer das selbe Problem mit Viewer-Games, ist halt, dass einfach... Du wirst halt nur gekämmt, so. Du kannst überhaupt nicht das Spiel normal spielen. Du bist einfach permanent reingepusht und wirst gedeivt, so. Sieh, Giovanni läuft auf deine Lane, wirst eine Ulti unter den Turret. Das ist immer mal große Scheiße. Vielleicht können wir es irgendwie noch wuppen, ne? Ey, good job, Team. Let's go. Wir haben jetzt fast den ganzen Turret bekommen. Können wir die unten überhaupt ganken? Nein, actually nicht. Nope. Mal null Damage. Null Damage, Leute. Das Spiel ist hier, ja. Das Spiel ist hier. Das ist auf der linken Seite, ist das. Ja, Mann. Mann, ey. Ich hasse Viewer-Games so sehr. Das macht so wenig Spaß. Das macht wir nie wieder. Die Kacke. So, was können wir denn hier noch machen? Wir verlieren praktisch alle drei Lens. Aber Mitte ist vor allem super los. Ne, ich stehe auch 1,5 jetzt gerade. Wieso der Cam? Ich bin nicht zu Hause. Also das ist nicht der Normalfall. Ich bin auf einem komplett fremden Setup. Und die haben ja so Keylights und große Kameras und Zeug. Die sind so richtig professionell hier. Ich kann die Cam auch ausmachen, wenn es euch ungewöhnt ist. Das ist nur ein Normal-Game. Ja, ja, das ist nur ein Normal-Viewer-Game. Das ist kein Ring-Game. Das ist kein Ring-Game, ja. Das ist nur ein Normal-Game. Und ich habe auch keinen Sound. Ich weiß, Sound ist leider auch keiner an. Seju ist wieder da. Chaco ist wieder da. Ich bin 1,5, Leute. Soll ich einfach rausgehen und wir quitten alle? Und ich kann auch ein richtiges Spiel spielen? What is that denn, man? What is that denn? Mir persönlich gefällt die Aussicht sehr ungewohnt tatsächlich für mich. Ich bin richtig am Schwitzen gerade. So beobachtet das Gefühl hier. Ihr müsst verstehen, da macht halt also wirklich keinen Spaß. Ich weiß, ihr wollt halt im Stream sein. Und ihr wollt, natürlich, ich verstehe das. Aber ihr müsst einfach verstehen, da brauche ich nicht spielen. Ich weiß nicht mal, dass wir die... Schade. Wenn ich die Combo schneller mache, ist ihr da sogar tot. Er steht so auch so tot. Wenn er früher geultet hätte. Oder wenn er seinen Stunk getroffen hätte. Viel Speed, man. So, wieso denn dann heute mit Cam? Ja, wie gesagt, ich bin nicht zu Hause, sondern ich bin jetzt spontan in Berlin. Oder was heißt spontan? Ich habe hier eine Menge Drehs und so zu machen. Dementsprechend bin ich jetzt für ein paar Tage hier in Berlin. Instinkt 3 hat mir hier ein Setup angeboten, damit ich die nächsten Tage ein bisschen streamen kann von hier. Weil ansonsten würde ich drei Tage Streamzeit verlieren. Und ich bin nicht so der Fan, Streamzeit zu verlieren, wisst ihr? Ich brauche immer... Ich brauche meinen täglichen Fix. Streaming-Time. Ach mein Gott, jetzt werde ich auch noch gehostaged von meinen Viewern. Jetzt werde ich auch noch gehostaged. Oh mein Gott, meine Güte, ist das ärgerlich? Mentality-Meld... Leute, also, man, es ist einfach... Als Streamer ist es halt einfach nicht cool, Viewer Games zu machen. Weil einfach jeder will nur dich töten und es ist halt einfach nur Kacke. Was ist das für ein Spiel gewesen? Was ist das für ein Spiel gewesen? So. Ich bin so super, ich komme da nicht weit genug von ihr weg, ne? Nope. Nope, nope, nope. Da komme ich leider nicht weg. Einfach schön, dass du Freddy on it bist, einem so heavy. Ja, ich habe noch irgendwie eine Möglichkeit gesucht, wenigstens noch ein bisschen heute Abend zu streamen. Und ich habe sie bekommen. Und jetzt können wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen daddeln, ne? Und dann kann ich... Und dann gehe ich schlafen. Und dann morgen habe ich richtig Zeit zu streamen. Da kann ich ganz normal streamen. So, und jetzt ein guter Moment nochmal aufzugeben. Handtuch liegt schon am Streamplatz. Was für ein Handtuch? Und ich habe einen Swiffer, habe ich hier. Die haben den Platz nochmal aufgeräumt, so wie es aussieht. Okay, jetzt gehen wir einmal hier nach oben. Wer ist der Typ am Rand? Das bin tatsächlich ich. In voller Bracht. Also bei Viewer Games, das ist leider in meiner Streamgröße. Es ist einfach so, du kannst keine Viewer Games machen, wo in beiden Seiten... Also, ich glaube, das ist aber bei jedem Streamer so. Weil die Leute wollen halt die ganze Zeit mit dir interagieren. Haltet ihr mich jetzt wirklich hostage? Please, guys. Äh, die halten mich wirklich hostage. Okay, das ist... Also, nein. Okay, perfekt. GG's. Schön gespielt von allen. Ich dachte, ne, stellt euch vor, die halten mich hier hostage. Hast du was getrunken heute? Ne, ich habe nichts... Ich... Na gut. Ich habe ein Bier getrunken, ungefähr. Ja, ein Bier und that's it. Ein Bier habe ich getrunken. Ja, Viewer Game. Wooh! Outro Outro